ARD Text im Auftrag von Funk Sieh! Daher ist es aber so. Sieh! Warum müssen Sie die Kasse? Sieh, sieh, sieh! Sieh, sieh, sieh! Ich ist der klipste Verlauf in deinem Einstern! Die anderen stehen auf dem Fein! Ihr seid, ich habe mitgelegst! Sieh! Ich hab das gut gelegt! Sieh, 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 sieh! Jaaaa! Du bist aber so. Ich rufe das Arsch! Sieh, sieh! Die 1933 sind feindlich. Tee, 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 tee. Ist das feindliche, verreichter Versage? Tee, tee. Sie sollen leben! Tee, tee. Umbarnische Papatischer. Tee. Einen anderen jang-jang-jang-jang-jang-jang! Die neue Armee ist ablaufend in der Wirkungsgemeinschaft. Feind! Tee. Möglich gemacht! Tee. Mach dich! Tee. Pädel! Verrat! Vollblitz! Die Gedanke, der sich verraten, meistens deutscher Fall! Unterallt ausgerechnet! Das ist das schützte Wahrheit! Und schätze auch das hier überhaupt mit der Verkrankung! Der Rettetat! Fie! Fie! Verkerre! Verkrankt! Verkrankt! Und vertraut! Fie! Es war ein guter Horrathake, die Ganschen falten! Die Neues allergisch nachdagen, in der Wegkommission! Fie! 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 ARD Text im Auftrag von Funk